Die bayerischen Motorenwerke, BMW. Die Erfolgsgeschichte des Autokonzerns ist eng verbunden mit dieser Familie, den Quanz. Sie gilt als reichste Familie Deutschlands. Geschätztes Vermögen 20 Milliarden Euro. Wir leben völlig normal, wie viele andere Familien auch. Kaum eine Familie in Deutschland ist so einflussreich und dabei doch so diskret. Von den Quanz existieren nur wenige Aufnahmen. Öffentliche Äußerungen sind selten. Natürlich ist viel Verantwortung dahinter, es wird viel gearbeitet. Die Quanz halten sich von jedem medialen Rummel fern und schweigen, auch zur eigenen Familiengeschichte. Honorige Bescheidenheit? Oder soll bewusst etwas im Verborgenen bleiben? Es hat sich auch bewährt, dass wir in der Vergangenheit immer versucht haben, etwas uns zurückzuziehen und nicht jeden Tag in Schlagzeilen oder im Rampenlicht zu stehen. BMW. Kaum ein anderer Weltkonzern kann auf so enorme Gewinnzuwächse verweisen wie der Autobauer aus München. Mit über 100.000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 49 Milliarden Euro. Die Fäden im Hintergrund zieht eine Familie, die nichts mehr meidet, als in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Quanz. Johanna Quanz steht der Familie vor. Als Großaktionäre besitzen sie die faktische Macht über BMW. Sohn Stefan ist zudem Eigentümer des milliardenschweren Delton-Konzerns und BMW-Aufsichtsrat. Wie seine Schwester Susanne Klatten, sie gilt als reichste Frau Deutschlands, hielt lange Anteile am Pharmakonzern Altana. Es war Johanna Quanz' Ehemann, Herbert Quanz, der BMW zudem machte, was es heute ist. Herbert Quanz zählt bereits in den 50er Jahren zu den reichsten Männern Deutschlands. Mit seinem Vermögen rettet er 1960 BMW vor dem Niedergang. BMW wird zum Weltkonzern und zum Inbegriff des Reichtums der Familie Quanz. Als Herbert Quanz 1982 stirbt, vererbt er seiner dritten Ehefrau Johanna nicht nur Milliarden. Er hinterlässt auch jene Erfolgslegende von BMW, die allein die Herkunft des Vermögens erklären soll. Weitere Nachfragen? Unerwünscht. Die Diskussion, die Scheu, hat schon mit der Geschichte der Familie zu tun. Man hat sich nicht dazu geäußert, man hat nichts getan, man hat sich zu nichts bekannt. Im Gegenteil, man hat es eher als unangenehm empfunden, wenn andere auf diese Dinge hinwiesen. Bis heute sind die Archive der Quanz verschlossen. So drang bislang nur wenig über die Herkunft von Teilen ihres Vermögens an die Öffentlichkeit. Diese Familie möchte ihre Geschichte und die Herkunft ihres Vermögens, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, ihres Einflusses, also die Ursachen von all dem, verschleiern, vergessen, machen. Also wenn man das zusammenfasst, hat die Familie Quanz ihr Vermögen gemacht auf der Grundlage von Zwangsarbeit. Verknüpft, also mit dem Zweiten Weltkrieg, den deutschen Kriegszielen und so weiter. Also das ist die Basis für ihr Vermögen. Und dieses Vermögen begründet auch die gegenwärtige wirtschaftliche Bedeutung und den gesellschaftlichen Einfluss, den Konzerne wie Quant, BMW und so weiter haben. Und es ist natürlich merkwürdig, dass sich eine solche, also die Familie Quant, diesem Sachverhalt nicht stellt, ihrer Geschichte stellt. Auch uns gegenüber hüllt sich die Familie Quant in Schweigen. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man wolle nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Wir fahren nach Bad Homburg. Von hier leiten die Quanz ihre Unternehmungen. Versuch einer direkten Kontaktaufnahme. Mach die Kamera aus. Doch schon Außenaufnahmen werden sofort unterbunden. Frankfurt am Main. Die Verleihung des Herbert-Quandt-Medienpreises, gestiftet von Johanna Quant. Auch hier suchen wir Antworten. Aber nicht alle Medienvertreter sind willkommen. Warum hat die Familie Quant das nicht geschafft, heute genauso wie die anderen zu handeln und zu ihren Sachen zu stehen? Ändern kann man das nicht, was sie damals gemacht haben. Aber heute kann man anders damit umgehen. Tausende Zwangsarbeiter schuften während des Zweiten Weltkriegs für die Quanz. Herbert und sein Vater Günther Quant führen damals die Betriebe der Familie. Sie profitieren von der Ausbeutung der Menschen, die aus fast ganz Europa nach Deutschland verschleppt werden. Ob Waffen oder U-Boot-Batterien, Quanz-Werke sichern die Schlagkraft der deutschen Kriegsmaschinerie. Im Mittelpunkt des Firmenimperiums, die Akkumulatorenfabrik AG, genannt AFA. Mehrheitsaktionär und Konzernlenker Günther Quant. Ihm gehören auch Unternehmen wie die deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, Pertrix, Wintershall, die Mauserwerke und Buschjäger. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings will Quant von der Sklavenarbeit in seinen Firmen nichts gewusst haben. Doch ein solcher Unternehmer muss wissen, was in seinem Unternehmen vorkommt. Mir kann keiner erzählen, dass er nur ab und an die produzierten Batterien und was auch immer besichtigt hätte, aber nicht an den Anfang der Fertigungsstraße gegangen wäre. Das ist einfach unmöglich, so was. Doch nicht nur Zwangsarbeiter werden ausgebeutet, wie in Hannover Stöcken. Heute ist hier nur noch eine verseuchte Industriebrache, betreten verboten Lebensgefahr. Nichts erinnert mehr daran, dass hier ab 1943 ein Konzentrationslager stand. Das Lager war Teil des AFA-Werks. In der angrenzenden Batteriefabrik, die heute Warta heißt, mussten KZ-Häftlinge U-Boot-Batterien fertigen. Fabrik und Konzentrationslager bildeten eine effiziente und kostengünstige Produktionseinheit. In direkter Kooperation mit der SS. Dieses Konzentrationslager ist zwar von der SS bewacht worden, aber es ist in seiner ganzen Ausrüstung, in den Bauten, im Betrieb durch die AFA betrieben worden. Also man kann ja durchaus von einem firmeneigenen Konzentrationslager unter SS-Aufsicht sprechen. Ohne Schutzkleidung waren die KZ-Häftlinge hochgiftigen Stoffen bei der Batterieproduktion ausgesetzt. Viele starben an Bleivergiftung. Wer überlebte, litt sein Leben lang unter den Folgen. Wie Adolf Sörensen. Erstmals kehrt der heute 82-Jährige auf das Lagergelände zurück. Als dänischer Widerstandskämpfer wurde er hierher deportiert. 40 Kameraden kamen mit mir hierher. Schon in den ersten drei Monaten starben sechs von uns. Dieser Ort war die Hölle. Viele kamen um, weil man uns in der Fabrik mit Blei vergiftete. Hier gingen alle daran kaputt. In Stöcken ist man spätestens nach sechs Monaten tot. So die SS gegenüber den Neulingen im Lager. Adolf Sörensen überlebt die Sklavenarbeit in Kwanzafa und den Terror der SS. Doch seine Leidenszeit in Stöcken lässt ihn bis heute nicht los. Das geht nie aus meinem Kopf. Immer wenn ich träume, bin ich hier im Lager. Das bleibt, solange ich lebe. Das Lager ist heute fast ganz überwuchert. Dennoch überwältigen ihn die wenigen Spuren der Vergangenheit. Ich verstehe das nicht. Mehr wie... Nein. Nein. Das ist zu viel. Es ist natürlich klar, dass man nach dem Krieg diese für Kwanzaa sehr unangenehme Geschichte nicht breitgetreten sehen wollte. Ich finde es also schon etwas befremdlich, wenn ich nun feststellen muss, dass sowohl das Unternehmen als auch die Familie in ihren Firmenschriften oder in ihren Aussagen so tun, als haben sie mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun. Ich habe noch keinen Vertreter der Familie Quandt erlebt, der sich vor die Kamera gestellt hat und hat gesagt, ich stehe dafür ein, dass KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen in meinen Werken arbeiten mussten, dass viele gestorben sind. Herbert Quandt war stolz, dass die AFA, die er einst mit seinem Vater gelenkt und ausgebaut hatte, von seinem ältesten Sohn Sven fortgeführt werden konnte. Sven Quandt ist der Einzige aus der Dynastie, der nach langem Zögern mit uns spricht. Doch die Familiengeschichte im Dritten Reich, auch für ihn kein Thema. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, das wir nie vergessen können. In der Familie und wir haben über die Themen oft genug gesprochen. Wir finden es aber schade, denn es hilft Deutschland unheimlich wenig weiter. Je mehr wir da an dieser Stelle im Prinzip, je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Es gibt in anderen Ländern ganz ähnliche Dinge, die passiert sind auf der ganzen Welt. Da redet keiner mehr drüber und es hat auch keinen Negativ-Touch. Bei uns hat es immer den Negativ-Touch. Sven Quandt ist passionierter Motorsportler. Sein Rennstall beteiligt sich an internationalen Autorallys. Die Tatsache, dass Vater und Großvater nach dem Krieg von den Alliierten nicht juristisch belangt wurden, will er als Beweis ihrer Unschuld sehen. Das Interessante ist ja auch, da gibt es ja die amerikanischen, diese Listen, wir tauchen da ganz, ganz unten irgendwo auf. Wir sind noch nicht mal auf der Liste, wo man überhaupt mal angegangen worden wäre. Es gab während der ganzen Zeit auch an die Firmen, wo wir sind, noch nicht mal, wo ich dran beteilige, noch nicht mal ein Prozess, noch nicht mal eine Frage über irgendwelche Nachbesserungen oder irgendwas. Also auch das zeigt es, dass es da sehr, sehr wenig gewesen ist. Dass man so argumentiert, als ob wirklich nichts gewesen sei, obwohl es doch eindeutig nachgewiesen werden kann, woher das Sachvermögen der Familie Quandt stammt, das ist schon merkwürdig. Da muss man schon ein sehr gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit haben, um sich, wenn solche Vorhaltungen formuliert werden, so völlig unangefochten zu geben, ja noch nicht einmal nachdenklich zu werden. Tatsache ist, Günter Quandt, einer der größten Rüstungsfabrikanten der NS-Zeit, wurde wegen der Ausbeutung von KZ- und Zwangsarbeitern niemals zur Rechenschaft gezogen. Auch nicht in den Nürnberger Prozessen. In diesem Gefängnistrakt warten ab 1947 deutsche Industrielle in Nürnberg auf ihre Urteile. Angeklagt wegen wirtschaftlicher Ausraubung und Versklavung von Menschen. Unter ihnen ist Alfred Krupp, den man zu zwölf Jahren Haft und der Einziehung seines Vermögens verurteilt. Und Friedrich Flick, der eine Haftstrafe von sieben Jahren erhält. Auch Günter Quandt stand auf einer Liste der Kriegsverbrecherkommission. Am Ende allerdings fehlt er auf der Anklagebank. Eine Tatsache, die Benjamin Ferenc, damals einer der amerikanischen Ankläger, bis heute bedauert. Zweifellos spielte Quandt eine wichtige Rolle. Er hatte Glück, schlüpfte durch unser Netz. Es gab also keine Anklage. Das bedeutet aber nicht, dass er unschuldig war. Er war genauso schuldig wie all die anderen auch. Quandt hätte angeklagt werden müssen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Versklavung von Menschen. Er wusste, dass die Bedingungen, unter denen diese Menschen arbeiten mussten, für viele den Tod bedeuteten. Er wäre auch dafür angeklagt worden, von der unrechtmäßigen Enteignung fremden Eigentums profitiert zu haben. In jeder Rechtsprechung nennt man das Diebstahl. Für all das hätte er dem Gericht Rede und Antwort stehen müssen. Doch er entkam der Gerechtigkeit, wie so viele Kriminelle. Ich hoffe, seine Erben sind sich dessen bewusst und tun, was möglich ist, um das Leben jener zu erleichtern, denen es gelangt, zu überleben. Wie aber gelang es Günter Quandt, sich der alliierten Justiz zu entziehen? Bislang waren die Gründe dafür ebenso wenig bekannt, wie das Ausmaß seiner Rolle im Dritten Reich. In dieser Villa in Berlin-Babelsberg lässt sich der Sohn eines Tuchfabrikanten in den 20er Jahren nieder. Bereits im Ersten Weltkrieg war er mit der Produktion von Uniformen reich geworden. Geld war sein Leben. Jedenfalls weiß ich nur, dass er mit seinen Gedanken, glaube ich, ständig bei seinen wirtschaftlichen oder finanziellen Transaktionen war. Er war eben einfach ein Wirtschaftsgenie und hat aus seinem Leben so viel gemacht, dass noch Generationen davon zehren können. Das kann man wohl sagen. Günter Quandt nutzt geschickt die durch Inflation desolate Wirtschaftslage und übernimmt ein Unternehmen nach dem anderen. Als er nach dem Tod seiner ersten Frau, die 20 Jahre jüngere Magda Ritschel, kennenlernt, gehört er bereits zur deutschen Unternehmer-Elite. Er heiratet die blonde Schönheit und nimmt seinen Sohn Herbert mit in die Ehe. Bald wird ein weiterer Sohn geboren, Harald Quandt. Doch die junge Magda Quandt fühlt sich nicht wohl an der Seite des geschäftigen Industriellen. Sie lebe in einem goldenen Käfig, klagt sie. Und lässt sich scheiden. In einem Altersheim lebt Magdas Schwester, Ariane Shepard. Vom einst mondänen Leben im Umkreis der Quandts ist ihr wenig geblieben. Sie ist krank, das Sprechen fällt ihr schwer. Doch ihre Erinnerung ist lebendig. Die Ehe ihrer Schwester mit Günter Quandt, so die über 80-Jährige, sei zum Scheitern verurteilt gewesen. Berlin, 30er Jahre. Die Vorboten einer neuen Zeit. Hitlers Agitator Josef Goebbels fasziniert nicht nur die Massen, sondern auch die geschiedene Millionärsgattin Magda Quandt. Sie verliebt sich in den Mann, der später als Propagandaminister das Dritte Reich maßgeblich mitprägt. Mein Vater hatte protestiert dagegen, dass er den Herrn Goebbels heiraten wollte. Er hat versucht, ihr das auszureden. Und sie war wie auf dem... Die Hochzeit findet im Dezember 1931 statt, auf Günter Quandts Sommersitz, Gut Severin. Dort schwört das Ehepaar Goebbels sich und der Nationalsozialistischen Bewegung ewige Treue. Adolf Hitler ist Trauzeuge und übernachtet ebenfalls auf Gut Severin, in Günter Quandts Schlafgemach. Der Industrielle erkennt früh, welche Möglichkeiten ihm die Nationalsozialisten bieten können, wohl auch durch die Verbindung seiner Ex-Frau mit Josef Goebbels. Die kirchliche Trauung inszeniert als nationalsozialistisches Familienfest an der Seite des Brautpaares der 10-jährige Harald Quandt. Goebbels nimmt den blonden Harald als Sohn an, dessen arisches Aussehen macht ihn zum Vorzeigekind der NS-Elite. Er wächst auf mit der immer größer werdenden Kinderschar der Goebbels. Der Kontakt zum leiblichen Vater bricht mehr und mehr ab. Und so baut Günter Quandt seinen älteren Sohn Herbert systematisch als Nachfolger auf. Von seinem Sohn Herbert, der ja auch in dieser Zeit schon an seiner Seite stand, also während des dritten Reichs, ist ja sogar der Satz überliefert, dass er industriell gesehen in dieser Zeit mehr hat lernen können als zu jeder anderen Zeit. Günter Quandt holt seinen Sohn Herbert in die Konzernleitung. Die Batterieproduktion der AFA wird immer mehr zum Kerngeschäft der Quandts. Doch der Start im dritten Reich gelingt nicht reibungslos. Wegen einer angeblichen Steuerschuld wird Günter Quandt inhaftiert. Mit Goebbels hat er allerdings einen mächtigen Fürsprecher. Der Propagandaminister setzt sich für den Industriellen ein. Bei Hermann Göring. Quandt kommt nach wenigen Wochen frei. Und schon bald kann er Hitler persönlich seine Batterien präsentieren. Günter Quandt nutzte die SS, er nutzte die NSDAP, er nutzte die Gliederung der Partei, er nutzte jede Möglichkeit, an der Neuordnung Europas, wie es ja die Nationalsozialisten beabsichtigten, teilzunehmen und zwar möglichst an vorderster Front. Seinen jüngsten Sohn sieht Günter Quandt in dieser Zeit nur selten. Harald Quandt ist mittlerweile Fallschirmjäger. Bei einem Heimaturlaub entsteht dieses seltene Filmdokument. Harald Quandt besucht die Goebbels-Familie. Zu seinen geliebten Stiefgeschwistern und zu seiner Mutter Magda ist die Beziehung enger als zum leiblichen Vater. 1944 kämpft Harald Quandt in der Schlacht um Monte Cassino. Der junge Leutnant ahnt nicht, welche Tragödie sich in der Goebbels-Familie abspielen wird. Als er in englische Gefangenschaft gereiht, erhält er die Nachricht. Mutter und Stiefvater haben im Führerbunker seine sechs Stiefgeschwister und sich selbst umgebracht. Es war ja nicht nur der Tod der Familie. Es war ein Verbrechen, was sie mir gegangen haben. Magda und Goebbels auch. Harald Quandt ist somit der einzige Überlebende der Goebbels-Familie. Über den Fanatismus und die Mordtat seiner Mutter ist er nie hinweggekommen. Harald hatte aber einen Brief bekommen von seiner Mutter. Mein geliebter Sohn, es ist Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden. Der Führer hat mir noch sein goldenes Parteiabzeichen angesteckt. Jetzt bin ich zufrieden und kann in Ruhe sterben. Nach Kriegsende kehrt Harald zu seinem leiblichen Vater zurück. Die Alliierten suchen die Schuldigen für Krieg und Völkermord, wollen das Land entnazifizieren. Von dem, was Vater und Bruder gemacht haben, weiß Harald nur wenig. Dabei sind Herbert und besonders Günther Quandt im Visier der Ermittler. Doch Quandt, einst Profiteur des NS-Regimes, behauptet nun, er sei unschuldig. Mehr noch, in einem Brief an die Behörden stellt er sich als Verfolgter, als Opfer dar. Eine Lüge. Dennoch wird ihm schließlich bescheinigt, er habe mit den NS-Verbrechen nichts zu tun. Günther Quandt ist ja als Mitläufer eingestuft worden. Einer der größten Rüstungsunternehmer des Dritten Reichs, der ist nur mitgelaufen. Das ist ja im Grunde absurd. Der ist nicht mal als belastet eingestufen worden, obwohl er zweifellos belastet war. Mit seiner Entlastung gerät auch die Frage nach der Verstrickung der Quandts in das NS-Regime. Aus dem Blick. 1954 stirbt Günther Quandt, doch auch nach seinem Tod bleibt die wahre Herkunft von Teilen des Vermögens im Dunkeln. Der Grund ist nicht nur das hartnäckige Schweigen der Familie. Zahlreiche Dokumente, die eine Beteiligung der Quandts an der NS-Schreckensherrschaft belegen, liegen verstreut und oft zusammenhanglos in verschiedenen Archiven der Welt. Andere schienen nicht mehr auffindbar, nur vereinzelte Hinweise deuteten auf ihre Existenzherrschaft. Dennoch werden wir in zahlreichen Archiven fündig. Es sind Dokumente, die die enge Kooperation der Quandts mit dem NS-Staat belegen. Sie zeigen, ihr Konzern hatte eine Schlüsselposition in der deutschen Rüstungsindustrie. Günther und Herbert Quandt zählten nicht nur zu den mächtigsten, sondern auch zu den einflussreichsten Männern der NS-Wirtschaft. Von seinem Berliner Büro am Askalischen Platz dirigiert Günther Quandt sein Firmenimperium. Ab 1933 sucht der Unternehmer die Nähe der neuen Machthaber. Erst mit einer großen Spende, kurz darauf mit dem Eintritt in die NSDAP. Quants deutsche Waffen- und Munitionsfabrik wird ein Motor von Hitlers Wiederaufrüstung. Der NS-Staat revanchiert sich. 1937 wird Quandt zum Wehrwirtschaftsführer ernannt, wie auch Krupp und Flick. Eine Position, die exklusiven Zugang zu Partei und Militär gewährleistet. Auf höchster Machtebene kann Günther Quandt nun seine Rüstungsgüter verkaufen. NSDAP, Betriebsgruppen und Wachschutz prägen das Arbeitsklima der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, auch für tausende Zwangsarbeiter, die hier schuften müssen. Das war besonders schlimm in der deutschen Waffen-Munition. Nicht umsonst hatte sie in diesen ganzen jüdischen Kreisen den Ruf, einer der besonders schweren, schrecklichen Zwangsarbeitsstellen zu sein. Wir mussten Munitionsstanzen in gasverseuchten Räumen. In dem gleichen Raum, wo unsere Stanzmaschinen standen, wurde mit Schwefelsäuredämpfen diese von uns gestanzte Munition abgebeizt. Wir waren die einzigen, soweit ich kenne, die als Juden gekennzeichnet wurden, lange, lange Zeit, bevor überhaupt ein Judenstern aufkam in der Stadt. Das hat keine andere Firma gemacht. Das hat die Reichsbahn nicht gemacht, das hat Siemens nicht gemacht, niemand. Die AFA Hagen, heute Warta, das Zentrum der Batterieproduktion des Konzerns. Hier entwickeln Ingenieure immer leistungsstärkere Batterien. Mit Kriegsbeginn wird Quants Büro Treffpunkt von hohen Militärs. Der Industrielle beweist ihnen die Effizienz seines Unternehmens. AFA-Spezialisten folgen dem deutschen Vormarsch, lösen technische Probleme direkt hinter der Front. Die Folge, der Umsatz der AFA steigt rasant. Denn ohne Quants Batterien läuft nichts mehr beim deutschen Militär. Wir dürfen nicht vergessen, dass die AFA eines der wichtigsten Rüstungsbetriebe im deutschen Reich war. Sie war damals gleichbedeutend mit Unternehmen wie Friedrich Krupp, mit dem Manneswand, Röhrenwerken, mit Thyssen und anderen Unternehmen. Jede Waffe, die zum Beispiel gegen die Alliierten, gegen England abgefeuert wurde, sei es ein Torpedo, eine Rakete, ein Flugzeug, in jeder dieser Waffe war eine Batterie aus dem Hagener Werk. Das war der Inbegriff der deutschen Kriegsmaschinerie. Die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde setzte sich bereits Ende der 30er Jahre mit dem AFA-Werk in Verbindung. Und gemeinsam mit den Ingenieuren in Peenemünde wurde eine Bordbatterie entwickelt. Das waren zwei kleine Blechtesten. Und ohne diese Blechtesten hätte die spätere V2, die Vergeltungsfläche 2, nicht funktioniert. Ein gelber Porsche als Dekoration im Hause von Sven Quandt. Ein Abendessen mit Rennfahrern. Es sei jedem selbst überlassen, wie er sein Geld ausgebe, sagt der Millionenherbe. Die einen legten sich gerne an den Strand, er fahre gerne Rallye. Sven Quandt genießt die Freiheit, die ihm sein Erbe beschert. Schließlich sei dieses einst rechtmäßig erworben worden. Dass es teilweise auf Profiten aus der NS-Diktatur beruhen soll, bestreitet er entschieden. Wenn man sich das dann mal ansieht und da wirklich mal genauer reinzieht, wann war das und was war dort, und dann sieht man auch schon, dass der Angriffspunkt sehr, sehr gering ist. Wie kann ich dafür verantwortlich sein? Habe ich da gelebt? Nein. Ich erwarte eigentlich, dass wenn man ein Unternehmen erbt, wenn man Aktien erbt, dass man auch alles damit erbt, was damit zusammenhängt. Man kann nicht nur das Vermögen erben, aber nicht die Schuld und Verpflichtung, die mit dem Vermögen verbunden ist. München, Hauptstaatsarchiv. Hier finden sich Dokumente, die die skrupellosen Geschäftspraktiken des industriellen Quandt belegen. Sein Ziel? Die AFA soll größter Batterieproduzent Europas werden. Laut einem firmeninternen Schreiben soll auch die Ausschaltung des jüdischen Elements aus Industrie und Handel der AFA die Vormachtstellung sichern. Quandt nutzt und beteiligt sich gezielt an Arisierungen von Batteriefirmen in den besetzten Ländern. Doch auch nicht jüdische Konkurrenten werden seine Opfer. Diese 1949 abgegebene eidesstattliche Erklärung von Fritz Hartmann, des einstigen Gestapo-Chefs von Luxemburg, belegt, für seine Geschäftsinteressen nutzte Günter Quandt auch die Dienste der Gestapo. Wie im Fall Laval. Der luxemburgische Unternehmer Leon Laval weigert sich, die Aktien seiner Batteriefirma an Quandt abzugeben und wird verhaftet. Sein Enkel spricht heute für die Familie. Bei dem, was damals passiert ist, spielten die Quandts eine maßgebliche Rolle. Dabei ging es ihnen um die Übernahme der Aktien. Und damit unsere Firma. Die Tudor-Batteriefabrik im belgischen Florival. Nach dem deutschen Einmarsch will Günter Quandt hier nicht nur für die AFA produzieren, sondern auch noch Leon Lavals Aktienmehrheit übernehmen. Doch Laval weigert sich, das Unternehmen, das seit zwei Generationen von seiner Familie geführt wird, an Quandt abzugeben. Mit schrecklichen Folgen. Die Fabrik arbeitete ja bereits für die AFA. Sie stand ja bereits unter ihrer Leitung. Die Quandts wollten sich nun das Werk, das noch zur Tudor-Gruppe gehörte, aneignen und in ihr Firmenimperium eingliedern. Mein Großvater, Leon Laval, wehrte sich vehement. Er gab dem Druck nicht nach. Und da ließ man ihn verhaften. Leon Laval wird in das Hauptquartier der Gestapo in Luxemburg gebracht. Herr über Leben und Tod ist hier Gestapo-Chef Fritz Hartmann. Er verhört Leon Laval persönlich, fordert von ihm den Verkauf der Aktien an Günter Quandts AFA. Trotz der brutalen Vernehmungen gibt Laval nicht nach. In einem vertraulichen Schreiben wird Günter Quandt schließlich mitgeteilt, dass der Luxemburger Unternehmer nun auf Lebenszeit in ein Konzentrationslager überführt werden soll. Seine Aktien würden erst einmal sichergestellt. Daraufhin meldet Quandt seinen Anspruch auf die Aktien an. Schamlos nutzt die AFA die Situation aus und tritt in Verhandlungen mit einem Häftling ein, den das Konzentrationslager erwartet. Doch auch wenn Lavals Fabrik bereits in Quants Hände gefallen war und für die AFA Profite erwirtschaftete, An seinen Aktien hält der Luxemburger fest. Und wie durch ein Wunder überlebt er die Haft. Was damals passierte, kann man nicht akzeptieren. Die Erpressung, der Druck, der ausgeübt wurde, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Hauptstaatsarchiv Hannover. Hier finden wir Akten über Günter Quandts Sohn Herbert, seinen engsten Vertrauten. 1940 tritt auch er der NSDAP bei. Herbert Quandt ist nicht nur im Vorstand der AFA, sondern teilt mit seinem Vater zahlreiche Aufgaben. Dabei überlässt der Senior seinem Sohn die Zuständigkeit für das Personal. Herbert Quandt war der Hauptverantwortliche für diesen Geschäftsbereich. Damit ist die Anforderung von Zwangsarbeitern, der Einsatz von Zwangsarbeitern in den verschiedenen Betrieben auch über seinen Tisch gegangen. Auch der Einsatz von KZ-Häftlingen bei der AFA und ihren Zweigwerken wird eng mit der Personalabteilung abgestimmt. Wie für die Pertrix-Fabrik in Berlin. Hier ist Herbert Quandt nicht nur für das Personal zuständig, er ist auch Betriebsdirektor der Firma. Das Werk steht noch immer. Auch hier schuften KZ-Häftlinge für Quandts Batterieproduktion. Die Frauen kommen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück. Viele von ihnen sterben an den Giftstoffen, denen sie in Quandts-Pertrix ausgesetzt sind. Das war Blei, das war Männige, das war Cadmium, das waren andere Schadstoffe. Und die Menschen diesen lebensbedrohenden Schadstoffen ohne geeignete Schutzkleidung auszuliefern, ist schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Barackenlager der Pertrix, zwei Kilometer vom Berg, mitten im Berliner Wohnviertel Schöneweide. Hier waren die Häftlinge untergebracht. Es sind Frauen aus fast ganz Europa, verschleppt und versklavt für die AFA. Die hat sich also nicht auf das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition verlassen, sondern hat eigene Mitarbeiter nach Frankreich geschickt, in die Tschechoslowakei geschickt, in den Osten geschickt, um zu sehen, sind da geeignete Arbeitskräfte. Und einige Einträge in schriftlichen Quellen des Personalbüros lesen sich fast wie eine Fleischbeschauung. Zähne, Muskulatur, wie waren die jungen Frauen gebaut, halten sie eine schwere körperliche Belastung aus. Und diese Quellen, man muss natürlich immer ein wenig sachlich sein als Historiker, aber als ich die Sachen gelesen habe, kam es mir vor, als wären das Relikte eines Sklavenmarkts. Stolz schauen wir auf den größten Deutschen aller Zeiten, unseren geliebten Führer. So Günter Quandt im Dezember 1940. Der deutsche Eroberungskrieg garantiert ihm immense Produktionssteigerungen und sichert den Nachschub billiger Arbeitskräfte. Schließlich sind die meisten deutschen Zivilarbeiter an der Front. Wenn sie die Leute alle rausholen fürs Militär und die brauchten ja schließlich die Batterien und wo wollen sie denn die Arbeit machen lassen, mussten sie ja schon die, das waren ja nicht nur Juden, das waren ja die Kriegsgefangenen und so weiter. Ja, wie wollen sie denn eine Firma aufrechterhalten? Geht ja gar nicht anders. Es ging nicht anders. Eine Lüge. Die Arbeitsbedingungen waren normal. Eine Lüge. Wir konnten doch nichts dagegen tun. Eine Lüge. Sie sahen in diesen Menschen nur Abfall. Waren die am Ende, hieß es nur verbraucht. Und bei Quandt kommen wir auf eine Skrupellosigkeit, die sich eng verknüpft mit dem deutschen Faschismus. Und Skrupellosigkeit bedeutet auch, dass ich also den Tod von Personen in Kauf nehme, dass ich also Konzentrationslager neben meinen Betriebsstätten einrichten lasse, Und wenn es denn nur dem Zuwachs des Vermögens, dem Wachsen, Blühen und Gedeihen des Unternehmens dient. Wie auch dieses Dokument beweist. Ein Vertrag zwischen Quandt's AFA und der SS. Darin wird die Errichtung eines Konzentrationslagers auf dem AFA-Gelände in Hannover-Stöcken beschlossen. Im März 1943 vereinbart die AFA mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt den Einsatz von über 1500 KZ-Häftlingen zur Batterieherstellung. Die Häftlinge werden aus dem Hamburger Konzentrationslager Neuengamme, dem AFA-Werk, überstellt. Das Unternehmen rechnet mit einer monatlichen Fluktuation von 80 Arbeitskräften. Im Klartext, die Arbeitsbedingungen fordern jeden Monat etwa 80 Tote. Und diese Toten werden gegen arbeitsfähige Häftlinge aus dem KZ Neuengamme ausgetauscht. Wir hatten das kleine Auschwitz vor Ort. Hier hat systematisch Vernichtung durch Arbeit stattgefunden. Der eine Partner war die SS und der andere Partner war die Warta mit der Familie Quandt als Besitzer. Das KZ-Gelände heute. Im Hintergrund die Warta-Fabrik, die damals noch AFA hieß. Bis 2000 in Quandt-Besitz gehört sie inzwischen einer amerikanischen Firma. Das Lager damals. Baracken, elektrische Zäune und Verpflegung stellte die AFA. Die Wachen, die SS. Unzählige Häftlinge starben durch die unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen und den Terror der SS. Ein französischer Häftling zeichnete die verhungerten Elendsgestalten in Stöcken. Darunter auch einen Häftling aus Griechenland, den wir aufgrund dieser Zeichnung finden können. Takis Milopoulos überlebte, konnte in seine Heimatstadt Thessaloniki zurückkehren. Das war viel schlimmer als Sklavenarbeit. Wir waren nicht nur Sklaven, man peitschte uns auch aus, trieb uns mit der Peitsche an. Es war wie in der Antike. Damals schlug man den Sklaven, damit er das Mürat drehte und trieb so, den Ruderer auf einer Galera an. Genauso behandelte man uns. Ausgesucht haben uns Leute von der AFA. Sie brachten uns direkt zur Firma. Ich behaupte nicht, dass der Firmeninhaber dabei war, aber es waren seine Angestellten. Sie haben uns mehrmals gezählt, in einen Zug verladen und sofort weggebracht. Die Angestellten der AFA haben alles gesehen. Sie haben zugeschaut, wenn uns die Kapus prügelten, mitbekommen, dass man uns kein Wasser gab und wir aus den Toiletten trinken mussten. New York. Wir legen Benjamin Ferentz, Ankläger in den Nürnberger Prozessen, die Dokumente vor, die wir zum Fall Quandt zusammentragen konnten. Material, das der Nürnberger Kriegsverbrecherkommission nicht vorlag. Nach eingehender Prüfung kommt der Jurist zu folgendem Urteil. Als ehemaliger Ankläger in Nürnberg, der die Prozesse gegen die deutschen Industriellen kennt, ist mir klar, hätten dem Gericht diese Beweise gegen Günter Quandt vorgelegen, die heute durch ihre Recherchen zur Verfügung stehen, wäre er genau wie Flick, Krupp und einige Direktoren der IG Farben angeklagt worden. Der Umfang der Anklage wäre sicherlich über das hinausgegangen, was man den Direktoren der IG Farben vorwarf, denn die waren ja keine Firmenbesitzer. Seine Verbrechen wiegen genauso schwer wie die derjenigen, die verurteilt werden konnten. 1945. Die Wehrmacht ist auf dem Rückzug. Die Deutschen ergeben sich den Alliierten. Was nach Kriegsende in Deutschland geschah, erklärt, warum sich Günter und Herbert Quandt dem Urteil des Nürnberger Gerichts entziehen konnten, warum das belastende Material niemals die Ankläger erreichte. Günter Quandt ahnte wohl, dass die Alliierten ihn zur Verantwortung ziehen wollten. So taucht der mächtige Konzernchef unter, im bayerischen Leutstetten am Sternberger See. Herbert Quandt und einige führende Mitarbeiter der AFA ziehen sich nach Hannover zurück. Ihr Ziel, die AFA-Werke sollen möglichst schnell wieder die Produktion aufnehmen. Hannover gehört nun zur britischen Zone des besetzten Deutschland. Die Alliierten fahnden nach Funktionsträgern und Mittätern des NS-Regimes. Sie entdecken Dokumente über die AFA und das Konzentrationslager Hannover Stöcken. Als ehemaliger Vorstand und Personalschef der AFA gerät Herbert Quandt in ihr Visier. Die Briten hören seine Telefonate ab. Darunter eines, in dem er eine Angestellte nötigt, unter Eid auszusagen, er sei kein Nationalsozialist gewesen. Herbert Quandt wird umgehend in die Kategorie M als belastet eingestuft. Gleichzeitig entdecken sie auch Dokumente, die die Nazi-Verstrickungen seines Vaters Günther Quandt belegen. Dieser versteckt sich zu der Zeit noch immer in Starnberg, in der amerikanischen Zone. Quandt entkam unbehelligt und ich war wütend. Er hatte Glück, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, entzog sich so in der Gerechtigkeit. Über ein Jahr lang gelingt es Günther Quandt in Starnberg unterzutauchen. 1946 können ihn die Amerikaner endlich verhaften. Er wird im Gefangenenlager Moosburg interniert. Für die US-Ermittler ist Quandt ein potenzieller Angeklagter in Nürnberg. Doch während die Prozesse gegen Flick, Krupp und die Direktoren der IG Farben in Nürnberg beginnen, liegt ein Großteil des Belastungsmaterials gegen Günther Quandt dem Gericht noch immer nicht vor. Benjamin Ferenc weiß erst heute, wo die Beweise zu finden gewesen wären. Die Briten hatten die Dokumente, die den Einsatz von KZ-Häftlingen in den Firmen belegten, die von Quandt kontrolliert wurden. Die Briten waren verpflichtet, diese Informationen zur Vorbereitung der Prozesse gegen die Industriellen an die Ankläger in Nürnberg weiterzuleiten. Aber das taten sie nicht. Das Ergebnis? Herr Quandt kam nie vor Gericht. Ein erstes Indiz dafür, warum die Briten die belastenden Unterlagen dem Nürnberger Gericht nicht übergeben, finden wir im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dortmund. Nach Kriegsende verfügt die AFA über riesige Rohstoffmengen und einen funktionierenden Maschinenpark. Diese Inventarliste belegt, dass noch während des Krieges die Produktionsanlagen in Hagen und St. in Hannover erheblich erweitert und modernisiert wurden. Quandt hat das Vermögen, das sich in der Kriegszeit erheblich vergrößert hat, unbeschadet herüberbringen können. Und er hat mit diesen Kriegsgewinnen also einen enormen Startvorteil gehabt. Nach ihrem Einmarsch inspizieren britische Soldaten die AFA-Batteriefabriken. Herbert Quandt ist vor Ort. Die Werke sind trotz einiger Bombenschäden funktionsfähig. Die Briten hätten die Maschinen demontieren und als Kriegsentschädigung beanspruchen können. Doch sie entscheiden sich anders. Das befremdet doch ein wenig, wenn dieses Werk von den Alliierten unmittelbar nach der deutschen Kapitulation dazu herangezogen wurde, wurde die eigenen Einheiten, die eigenen Armeen mit Rüstungsgütern, Sparta-Starter-Batterien, U-Bot-Batterien und so weiter zu versorgen. Die Briten erteilen der AFA schon am 22. Mai 1945 eine Produktionsgenehmigung. Das belegt unter anderem das Arbeitsbuch eines AFA-Chefingenieurs aus dem Jahre 1945, in dem er die Zusammenarbeit mit den Besatzern festhält. Und trotz anfänglicher Bedenken der Briten kommt der ehemalige Personalchef Herbert Quandt, der als belastet gilt, ungeschoren davon. Er darf den Konzern weiterführen. Die Verstrickungen seines Vaters werden ebenfalls ignoriert. 1946 kann die AFA bereits einen Umsatz von über einer Million Reichsmark verbuchen. Die Produktion der AFA war für die Alliierten wichtig. Das wird ein Grund gewesen sein, weshalb man die AFA mit Samthandschuhen angefasst hat. Und dass über diesem Weg diese ganze Strafverfolgung auf Sparflamme gekocht wurde. Günter Quandt, der bis 1948 interniert ist, hat Glück. Aufgrund des fehlenden Aktenmaterials können die Amerikaner ihn in Nürnberg nicht anklagen. Günter Quandt kann sich nun ungeniert in einem Schreiben an die Behörden als Verfolgter der nationalsozialistischen Regierung darstellen. Nun erzählte er jedem, er wüsste von nichts. Hielt sich weder juristisch noch moralisch für verantwortlich. Leute wie er fühlten keine Scham, hielten sich für unantastbar. Die Amerikaner verfolgen den Fall Quandt nicht weiter. Nun muss er, wie jeder andere Deutsche, im Rahmen der Entnazifizierung Rechenschaft über seine Funktion zwischen 1933 und 1945 ablegen. Sein Fall wird von einer bayerischen Spruchkammer übernommen. Zuständig für die Anklage ist der Staatsanwalt beim Bayerischen Ministerium für Sonderaufgaben, Julius Herff. Er ist empört darüber, dass die Alliierten Quandt nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt hatten. Doch auch ihm werden die belastenden Unterlagen der Briten nicht zugänglich gemacht. Und so tritt lediglich der Luxemburger Unternehmer Leon Laval für Herff als Zeuge der Anklage auf. Im Gericht sitzt er Günter Quandt gegenüber. Obwohl sich Lavals Aussage und vorgelegte Dokumente auf eine Kooperation Quandt mit der Gestapo beziehen, verliert Herff den Fall. Die peinigenden Erfahrungen, die ein Opfer deutscher Besatzung wie Laval hatte machen müssen, spielten zu diesem Zeitpunkt ganz gewiss keine Rolle mehr. Vorrangig für die Mitglieder der Spruchkammer waren hier ganz bestimmt die Interessen der Wirtschaft. Man glaubte auf jemanden wie Quandt nicht verzichten zu können. Staatsanwalt Herff gibt nicht auf und treibt den Fall Quandt durch drei Instanzen. Doch, wie auch dieser Brief zeigt, hatte er keine Chance. Sein Vorgesetzter, Staatssekretär Camillo Sachs, trifft sich mit Quandts Anwälten und unterstützt deren Anliegen. Die behaupten nun sogar, ihr Mandant habe sein ganzes Vermögen verloren, obwohl die Fabriken des Industriellen längst wieder steigende Umsätze verzeichnen. Es ist nicht ungeschickt, damit eine Legende zu beginnen. Ich habe so wenig an dem ganzen, am deutschen Faschismus und am Krieg verdient, so wenig. Ich bin noch nicht mal reichsmagelig wieder, dass ich noch nicht mal die Kosten für den Anwalt und überhaupt meine Enhazifizierungsprozedere aufbringen will. Das ist doch genial, sowas. Zumindest eine clevere Lüge. Das zeigt auch ein Gespräch, das er mit seiner ehemaligen Schwägerin Ariane Shepard unmittelbar nach Ende des Krieges führt. Der Krieg ist auch für mich furchtbar gewesen. Ich habe sehr viel Geld verloren. Und er sagte, ich habe jetzt nur noch 78 Millionen Dollar. Das merkte er gar nicht, was er da sagte. Dass er das zu mir sagte, ich konnte gar nichts sagen. Ich war völlig sprachlos. Im Mai 1950 enthebt Staatssekretär Sachs schließlich den unnachgiebigen Julius Herff seines Amtes. Der Grund? Angebliche Homosexualität. Auch der Spiegel berichtet. Seine Erfahrung bilanziert der mittlerweile verstorbene Herff erst Jahre später. Es gab unzählige Fälle, in denen die Herren größerer Vermögen mit irgendwelchen mächtigen sich verständigt hatten und ihr Geld behielten. Ganz abgesehen davon, dass die Alliierten ihre schützenden Hände über so und so viele ganz große Hallungen gehalten haben, denen wir nichts tun durften. Die unglaublichsten Leute sind als Minderbelastete oder als Mitläufer durchgegangen und ich bin überzeugt, wenn Herr Hitler noch gelebt hätte, wäre er auch Mitläufer geworden. Und so stehen die Quants, ganz anders als die Mehrheit der Deutschen in der Nachkriegszeit, nicht vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie können ihr Vermögen von der Diktatur in die Demokratie retten, ohne jemals Rechenschaft über dessen Herkunft ablegen zu müssen. Quants konnte in den 50er Jahren darauf verweisen, ich bin ordnungsgemäß entnazifiziert worden, ich bin rehabilitiert worden. Ich bin unschuldigerweise interniert worden, aber da ich unschuldig bin, hat man mich dann freigelassen, hat man mich rehabilitiert. Mir ist dann auch nichts passiert. Ich war kein Nazi. Das war doch eine gute Voraussetzung für einen neuen Start ins sogenannte Wirtschaftswunder. Und bei Herbert Quandt war die Situation nicht viel anders. Er war ja auch leidend tätig. Er war Vorstandsmitglied in einem Unternehmen, das Zwangsarbeiter ausgebeutet hat während des Dritten Reichs, das ein Konzentrationslager auf dem Firmengelände betrieben hat in Hannover. Da fiel es natürlich sehr viel schwerer, sich damit nach dem Krieg auseinanderzusetzen, weil es dann um die persönliche Schuld ging. Die Automarke BMW ist heute das einzige, womit man die Herkunft des Quantvermögens verbindet. Zur Familiengeschichte im Dritten Reich, zum Erbe von Schuld und Verantwortung äußern sie sich nicht. Pflegen stattdessen lieber den BMW-Mythos. Wenn ich mein Vermögen nun analysiere als Konzernchef und feststellen muss, dass ich eigentlich fantastisch weggekommen bin, dass ich besser da stehe als 1935, dann möchte ich das natürlich nicht auf das Konto Zwangsarbeiter gutschreiben und auf das Konto des Zusammenhangs zwischen Zwangsarbeit, faschistischer Regierung und all dem, was dazugehört, Krieg und so weiter. Sondern das ist ja dann peinlich, wenn das die Grundlage meines Vermögens ist, meines Reichtums, meines Einflusses. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eben diesen Mythos zu schaffen. Der Mythos bleibt auch intakt, als 1998 ehemalige Zwangsarbeiter des BMW-Werks das Unternehmen verklagen. In der Folge treten BMW und andere Quantunternehmen wie die Varta dem Zwangsarbeiterfonds der deutschen Wirtschaft bei. Doch als ein Anerkennen von persönlicher Schuld soll dies nicht verstanden werden. Schließlich seien die Quants an BMW während der NS-Zeit gar nicht beteiligt gewesen. Man könnte natürlich banal sagen, wir haben eigentlich mit dem ursprünglichen Unternehmen, mit Ausnahme des Namens, nichts gemein. Also hätten jede Klage ruhig abwarten können. Naja, man muss natürlich auch bedenken, dass das Vermögen, was die 1948 hatten, das hat es ihnen ermöglicht, BMW überhaupt zu akquirieren. Und aus BMW das zu machen, was BMW jetzt ist. Wie sehr die Quants von Sklavenarbeit profitierten, dazu schweigt die Familie bis heute. Und auch eine Entschuldigung dafür, was Adolf Sörensen und andere im Lager Stöcken erleiden mussten, gibt es nicht. So wie der damals als 17-Jähriger inhaftierte Adolf Sörensen, leiden die meisten Überlebenden noch immer an den physischen und psychischen Folgen. 1972 baten sie Varta, damals noch im Besitz von Herbert Quandt, vergeblich um eine kleine finanzielle Unterstützung. Sie reagierten hart und arrogant, gaben noch nicht einmal zu, dass wir dort für ihre Firma gearbeitet hatten. Sie haben uns gedemütigt. Wir sind dort hingereist und haben höflich um Hilfe gebeten. Wir haben nicht gebettelt. Wir wollten eine Unterstützung, denn die Varta hat uns krank gemacht. Erst haben sie mich zu ihrem Sklaven gemacht und dann auch noch zutiefst erniedrigt. Ich werde nie wieder dorthin gehen und an ihre Tür klopfen. Sie sollen mich nicht noch einmal demütigen. Ich habe meinen Stolz. Sie werden mich nicht noch einmal zerstören. An einer Schnellstraße in Hannover steht das einzige Denkmal für die KZ-Opfer der AFA. Ursprünglich sollte es auf dem ehemaligen Lagergelände errichtet werden. Die ungenutzte Fläche gehörte der Varta. Doch die Familie Quandt, damals Hauptaktionäre der Firma, verweigerte ihre Zustimmung. Finanziert wurde das Denkmal aus Steuermitteln. Die Quants beteiligten sich nicht. Aber so kann man mit Geschichte nicht umgehen. Mit Erinnerungen nicht umgehen, mit Menschenleben nicht umgehen. Weil ich kenne ja die andere Seite auch. Ich kenne ja etliche Menschen, die in diesem Lager waren und die dort einen Teil ihres Lebens verbringen mussten. Die können das auch nicht wegschieben. Aber offensichtlich kann es die Familie Quandt. Als das Denkmal errichtet wurde, war Sven Quandt im Varta-Aufsichtsrat. Inzwischen hat er sich vom größten Teil seiner Varta-Aktien getrennt. Wichtig ist ihm heute die regelmäßige Teilnahme an der Rallye Paris-Dakar. Sein Großvater Günther und sein Vater Herbert Quandt, von deren Erbe er bis heute profitiert, sind weiterhin seine Vorbilder. Eine kritische Hinterfragung dieser Vorbilder erscheint ihm sinnlos. Dunkle Seiten gibt es in jeder Familie, glaube ich. Aber da gibt es nichts. Es wird weder schmutzige Wäsche gewaschen, noch sonst irgendwas. Denn das macht alles keinen Sinn. Gut, also Sie fühlen sich sozusagen nicht unbedingt jetzt dafür verantwortlich. In welchem Sinne auch immer. Irgendeinen Zusammenhang sehen Sie da auf jeden Fall nicht für sich selbst? Nein. Das ist so. Ich würde es gerne nur wissen. Nein. Ist... Die Antwort kennen Sie. Die Antwort ist Schweigen. Das gilt für die gesamte Familie. Vielleicht aus Angst vor Prestigeverlust oder finanziellen Forderungen. Dabei wollen die wenigen Überlebenden heute nur eines. Sie wollen nicht noch einmal Opfer werden. Durch das Schweigen der Quandt. Es geht gar nicht ums Geld, sondern einfach dazu zu stehen, dass das da passiert ist. Und den Eindruck konnte ich nicht mitnehmen in den ganzen Jahren, dass die Firma oder die Familie Quandt sich darum bemüht hat. Wir haben nichts dazugelernt. Es ist einfach nur peinlich. Hier sind nicht Seiten umgeschlagen worden in einem Geschichtsbuch. Hier sind Leben umgeschlagen worden. Nächste Woche startet die Doku-Reihe Wir Europäer. Sie ergründet, wie sich in den unterschiedlichen Ländern Europas eine gemeinsame Zivilisation entwickeln konnte.